Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zum Film. Ja im heutigen Blu-Ray Shopping Tour Video befinden wir uns in Ingolstadt und beginnen unsere Reise im Westpark und zwar im Müller. Dort gab es einen schönen Aufsteller mit König der Löwen. Die 4K Ultra HD Version kommt mit einem schönen Schuber daher, wo der Titelschriftzug geprägt ist. Leider ist aber das FSK 6 Logo dort fest aufgedruckt. Anders verhält es sich bei der 3D Variante. Da ist das FSK Logo nur aufgeklebt. Diese Edition hat euch ja schon der Stefan Alias Vorhieß 82 vorgestellt. Also guckt mal auf seinem Kanal vorbei. Dann gab es natürlich noch andere Editionen von König der Löwen. Das war ja das Release der Woche. Dann gab es noch Spider-Man hier großflächig ausgelegt und aufgestellt. Eilos Reise und auch Yesterday sowie Annabelle. Aber leider gab es hier gar keine Steelbooks mehr. Mir gefällt aber auch die DVD Variante. Da gefällt mir das Cover eigentlich sehr gut. Ich wollte mir eventuell Freeform from Hell mitnehmen. Aber leider hatten sie hier keine Blu-ray Version mehr. Allerdings schon die DVD Version 1399. Das war mir definitiv zu viel. Des Weiteren hatten wir noch ein paar andere Neuerscheinungen, die ich euch ja bereits letzte Woche am Montag präsentiert hatte. Hier hatte ich noch The Purge 4 Movie Collection in der Hand. Ja, sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Bin mir sicher, aber dass die noch im Preis fällt. Dann hatten wir noch der Biss der Schlangenfrau im Mediabook, welches sogar limitiert ist auf 999 Exemplare. Reizt mich eigentlich schon, aber ich bin mir sicher, das wird noch im Preis fallen. Und deswegen habe ich das jetzt vorerst mal nicht mitgenommen. Dann habe ich noch diesen Film hier entdeckt. Und zwar in einer limitierten Auflage mit exklusivem Schuber-Artwork. Und zwar 52 Pickup. Jo, sieht richtig cool aus, diese Edition. Film sagt mir jetzt persönlich nichts. Aber ich bin mir sicher, der eine oder andere von euch kennt diesen Film und kann hier vielleicht eine Empfehlung in den Kommentaren aussprechen. Des Weiteren hatten wir noch Bronson. Das Gesetz ist der Tod. Und sieh mal da, Jackie Brown im wattierten Mediabook gab es auch. Eigentlich dachte ich, das wäre so irgendwie Mediamarkt-Saktoren exklusiv. Aber okay, wie man sehen kann, kann man das Ganze auch im Müller erwerben. 44,99 ist allerdings schon ein happiger Preis. Pulp Fiction gefällt mir aber wirklich sehr, sehr gut mit dem gezeichneten Cover. Bin ich ganz ehrlich. Und sollte das mal irgendwann im Angebot sein, werde ich wohl eventuell zuschlagen. Des Weiteren gab es hier auch noch Terminator 1 im wattierten Mediabook für 44,99. Auch ein schickes Teil habe ich euch ja schon auf meinem Kanal präsentiert. Und dazu gab es dann noch hier eine weitere Steelbook-Variante. Also Terminator wieder ganz groß im Gespräch seit Terminator Dark Fate. Außerdem haben wir noch Oldboy hier im 4K Ultra HD Steelbook. Das ist ja auch so eine Glow-in-the-Dark-Variante, wie man es hier links am Cover oder Aufkleber hier erkennen kann. Das ist ja so ein neuer Trend, der sich jetzt hier irgendwie leicht breit macht. Brauche ich nicht unbedingt, aber okay. Dann haben wir noch Universal Soldier hier in der 4K Ultra HD-Variante. Ich habe das bei Stanlis Filmzimmer, meine ich mal, gesehen im Unboxing. Dort hat es mir nicht so gut gefallen. Also nicht sein Video. Das hat mir schon gut gefallen, sondern das Steelbook. Aber wenn man es mal selber in der Hand hält, dann sieht das eigentlich recht cool aus. The House with Jack Build gab es hier in der 2 Blu-rays für 15 Aktion. Kommt mal auf 7,50 Euro. Eigentlich kein schlechter Preis. Genauso wie für die beiden Teile von Kevin allein zu Haus. Ist eigentlich auch recht guter Preis. Spider-Man A New Universe. Was für ein schwerer Titel. Da verspreche ich mich eigentlich immer regelmäßig. Und auch noch Fantastische Tierwesen. Teil Nummer 1 war in der Aktion mit dabei. So wie Operation Overlord. Den gibt es, glaube ich, aber aktuell sogar gratis auf Amazon Prime. Gänsehaut 2 gab es auch. Der interessiert mich sehr. Der erste Teil hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich denke mal, auch hier werde ich noch ein bisschen warten. Dann Wühltisch-Action. Tja, das liebe ich ja immer. Hier, wenn hier irgendwelche Wühltische aufgebaut sind. Da kann man sich dann mal richtig durchkämpfen. Und entdeckt so die ein oder andere Kuriosität. Das gefällt mir allein schon von den Cover-Designs her immer. Und manche Titel. Und was ist da für verrücktes Zeug alles gibt. Also mir persönlich macht das immer Spaß, mich hier durchzufühlen. Und sieh mal da, From Dusk Till Dawn, Uncut in der 5-4-20-Aktion. Also, dann ging es raus gegenüber in den Saturn. Und dort war ich mal gespannt, was der Saturn zu bieten hat. Wir haben hier sozusagen als allererstes mal die Kinderabteilung König der Löwen. Und auch hier sehr großflächig vertreten. Ist ja logisch, ist ja klar. War wie gesagt das Release der Woche. Und auch hier die schönen Disney-Schuber lagen groß aus. Was mir da aber nicht gefällt, ist eben, dass das FSK-Logo fest aufgeklebt ist. Dann hat man hier noch Child's Play im Glow-in-the-Dark-Mediabook. Auch das habe ich euch bereits vorgestellt. Ist ein ziemlich schickes Mediabook. Gefällt mir sehr gut. Film war jetzt nicht so meins. Dann hatten wir hier auf der Stirnseite noch ein paar coole Sachen. Und sieh mal da, The House Wett Jack Belt für 16,99. Da habe ich mich dann schon ein bisschen geärgert, dass ich im Müller nicht zugeschlagen habe. Aber okay, hier muss man einfach nur ein bisschen warten. Und dann gibt es den Film auch irgendwann mal für 5 Euro. Und dann hatten wir hier noch Terminator 2. Judgment Day im Glow-in-the-Dark-Steelbook. Auch das habe ich euch ja bereits präsentiert. Fand ich aber ganz interessant, dass es hier auch im Laden einmal auslag. Sowie Predator 2 im Mediabook mit der 4K-Ultra-HD-Variante. Da gab es ja ein ganz schickes Cover. Das habe ich nachher, sehen wir das gleich noch, in einer VHS-Edition gefunden. Gefällt mir gut, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt mehrfach in meiner Sammlung. Predators gab es auch hier im schicken Mediabook. Der Preis ist jetzt nicht so heiß, aber ja, der eine oder andere will sich das vielleicht in die Sammlung holen. Dann haben wir hier noch einen Totschläger, Dog Soldiers. Der Film war eigentlich ganz okay, aber hier dieses fette Mediabook, das gefällt mir leider überhaupt nicht. Dafür bin ich kein Freund davon. Und hier haben wir eben Predator 2 mit diesem coolen Cover in der Tape-Edition-Variante. Das Cover gefällt mir sehr gut, brauche ich jetzt aber nicht in der Tape-Edition. Dann haben wir noch den neuesten Film mit Scott Adkins. Da kamen ja einige Mediabooks auch raus, die ziemlich schnell vergriffen waren. Hoffentlich habt ihr da noch euer Wunsch-Exemplar oder Cover-Variante bekommen. Mich hat der Film jetzt nicht so großartig interessiert. Da war ich schon lieber auf den aus, aber 17,99 Euro für die stinknormale Standard-Blu-Ray Free From Hell. Tut mir leid, nee, das ist mir definitiv zu viel. Da werde ich wohl ein bisschen warten oder ich werde mir den Film einmal ausleihen. Ich weiß es nicht, aber es gab ja dann auch noch den Mediamarkt und vielleicht gibt es ihn dort etwas günstiger zu haben, aber 17,99 Euro, nee, vielen Dank. Also, dann gehen wir noch zum Mediamarkt rein und der ist ziemlich cool in Ingolstadt. Mein Favoritenladen kann ich jetzt schon sagen. Also, weder der Müller noch der Saturn kann hier dem Mediamarkt das Wasser reichen. Wir haben etliche schöne Editionen hier vom Merchandise mit aufgebaut. Das gab es ja bei den anderen weniger im Laden. Dann alles schön sortiert, auch groß die Abteilung, die größte Abteilung von den beiden oder von den drei Läden sozusagen in Ingolstadt vom Müller oder Saturn hat hier am Mediamarkt eindeutig das oder die größte Auswahl zu bieten. Auch hier die Neuerscheinungen schön großflächig ausgelegt. Und da konnte man sich auf jeden Fall auch mal schön durchwurschteln. Ein paar Steelbooks gab es dann noch, wo es in den anderen Läden schon nicht mehr gab. Natürlich auch die Tape-Editions hier großflächig ausgelegt. Und ja, da war eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Und mir hat am besten diese Ecke gefallen, wo es dann die Sondereditionen gab. Hier gab es auf der einen Seite ein paar Serien, dann hier noch ein paar richtig schicke Sondereditionen, wie zum Beispiel die Scarface 4K Ultra HD Variante mit dem Original und dieser coolen Statue. Aber wenn man sich die genauer anguckt, 89, 99 und das sieht schon so sehr minderwertig aus, muss ich sagen, wie eine Figur aus dem Teddy oder so. So ein Pokal für zwei Euro, ich weiß es nicht. Also, nee, das trifft dann nicht meinen Geschmack. Wir haben hier dann noch ein paar richtig schöne Sonderangebote, wie Deadpool zum Beispiel im Mediabook für neun Euro und hatten hier sogar noch eine Chucky Hardbox. Ja, da schau her, trifft man auch sehr selten im Markt oder im Laden an. Sieht aber richtig schick aus, limitiert auf keine Ahnung wie viele Exemplare, aber echt cooles Teil. Und ja, 24,99. Dann hat man noch die Mediabooks und zwar für 29,99. Ich liebe ja die gezeichneten Artworks und freue mich schon so auf die nächsten zwei Wochen, wenn dann die letzten zwei Filme endlich auch in diesen gezeichneten Cover-Varianten von Birnenblatt erscheinen werden. Darunter haben wir noch ein paar Mediabooks. Ja, fand ich sehr cool. Eben diese Abteilung, das war alles in einer Ecke aufgebaut und da habe ich dann auch die meiste Zeit verbracht und mich umgesehen. Dann gab es noch die 3D-Abteilung direkt neben der 4K-Abteilung, aber hier gab es jetzt eigentlich nichts großartig Besonderes. Standard Blu-rays etc. Und dann hat man noch Child's Play. Mediabook gab es hier im Mediamarkt nicht mehr, aber die Standard Blu-ray für schlappe 16,99. Und dann Free From Hell, aber auch hier leider 17,99 Euro. Und somit bin ich dann aus dem Laden ohne was zu kaufen gegangen. Zuvor habe ich mich aber noch umgesehen und da gab es noch ein paar schöne Sondereditionen und ein paar Sachen, wo man so in anderen Märkten noch nicht gesehen hat, wie zum Beispiel der Soundtrack von John Wick oder hier Iron Maiden im Puzzle. 500 Stück, 24,99. Ist doch auch mal was Cooles hier für Leute. Einfach so zum Herschenken. Weihnachten steht ja vor der Tür. Da kann man auch mal so einen ganzen Roses-Puzzle verschenken. Ich würde mich definitiv über so einen Teil freuen. Sieht doch echt nice aus. Gegenüber gab es dann noch was für die Oma. Falls jemand was für seine Oma zu Weihnachten als Weihnachtsgeschenk sucht, die Casta-Looter-Spatzen. Und natürlich gab es dann auch noch einige Aktionen. Blu-rays für 5,55 Euro. Auch da habe ich mich selbstverständlich einmal ein bisschen umgesehen. Denn, unverhofft kommt oft, manchmal entdeckt man ja doch ein Schnäppchen, mit dem man nicht gerechnet hat. Hier leider nicht. Aber es lohnt sich dennoch immer hier mal durchzugucken. Aber es ging sogar noch günstiger. Und zwar Blu-rays für 2,99. Und da sind dann die richtigen Perlen vertreten. Furious Road. Also knallhart, schablos wird hier abgekupfert von Mad Max. Falkilmer ist ja auch in dieser Sektion gelandet. Okay, Danny Trecho. Aber eine 3D-Blu-ray für 2,99. Da kann man nicht meckern. Patrick Swayze gab es dann hier auch im Wühltisch. Und, und, und. Also ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da auch immer so viel Spaß habt bei diesen Wühltischen wie ich. Würde mich definitiv einmal interessieren. Und wie wir eben schon angesprochen haben, Weihnachten steht vor der Tür. Auch da gab es etliche Angebote hier. Und einen Wühltisch mit diversen Filmen zum Thema Weihnachten. Neue und ältere Editionen. Da war eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Jo, meine lieben Filmfreunde. Das soll es dann auch gewesen sein. Mit der Blu-ray-Shopping-Tour in Ingolstadt. Müller, Saturn oder Mediamarkt. Welcher ist euer Favorit? Hier schreibt es mir in die Kommentare rein. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und Servus.